Hallo und herzlich willkommen zurück. Was wolltest du gerade sagen? Wann du das letzte Mal Doom gespielt hast. Vor... Exit! Knapp. Das Exit-Shield! Wup wup. Exit. Ja, da war ein Mirror in einem sehr komischen Humor. Ähm... Vor ungefähr 10, 12 Jahren oder so? Ah, eh auch. Schon noch ein bisschen leer. Also, doch... Bissl... Ja. Schon ein bisschen länger her. Ein paar... Ein paar Nichtchen. Ja. Aber es ist immer noch ein awesome Game. Kann man nicht sagen. Scheiße, mein Kappel ist runtergefallen. Ach Gott. Was ist das eigentlich? Health Potions. Bonus. Oh, das ist Bonusleben. Ich höre böse Füße. Ja, ich auch. Ah, die sind da oben. Hinter dir. Ja, irgendwo. 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 Ah! Ah! Unsichtbare! Bleib mal ruhig. Da hinten. Genau. Siehst du es nicht? Er kommt auf dich zu. Da. Holy crap. Er kommt direkt auf uns zu. Das ist das Beste. Das ist das Beste. Wie geht man Tiere jagen? Oh mein Gott, es kommt direkt auf uns zu. What the fuck hast du jetzt gemacht? Ach du... Z, 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 z. Halb, halb, HOTS! Äh... äh... äh, äh... Äh äh ... Wer? Oder hast Du gelupft? Nein, ich möchte nicht... Ich möchte ja nicht die, die, die... Die lieben Zuschauer- Slash-Hörer überfordern in unserer Dummheit. Da fehlt Dir noch, ist halt da da. Da ist einer, da ist einer! Da war einer, da war einer! Da ist einer, da ist er, da ist er. Supercharge! Ts-ts-ts-ts-ts-ts-ts-ts-ts! Ist das mit der Epilepsie Warnung kommendes Spiel? Ts-ts-ts-ts-t-ts! Boah, holy crap. Der wird schon ziemlich schlecht, oder? O ER-er... Weißt was? Fuck it! Das ist Personal! Fuck you! In your f- Oh, du hast ihn mit dem Schlag umgebracht! Ist das ne Sniper Riffel? In dem Spiel? Das war der grad unten Das ist jetzt unten. Das ist jetzt von oben runter gefahren, glaube ich. Wie kriegst du das? Das musst du unten kriegen. Unten an der Treppe. Irgendwo da. Da ist wer! Da ist wer! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Bam! Bam! In your face! In your face! In your face! Du hast gleich kein Ammo mehr. Ja, aber ich hab noch Leben. Ich hab noch Leben. Ich hau so lange hin, bis ich kein Leben mehr hab. Ja. Ach Gott. Da. Bringt das nichts. Weil das ganze Bonusleben weg ist. Pisser. Man muss auch mal ohne Bonusleben leben können. Kill die mal. Oh, gekillt und noch gedodged. Das war ein Pro-Dodge. Echt. Was ist da unten? Das sehen wir nicht. Oh! Oh! Fuck it! Ich brauch wieder was mit mehr Wumms. Lass mich raten. Ja. Du musst eigentlich nur in die ungefähre Richtung schießen. Wie wärs, wenn wir mit Kanonen auf Spatzen schießen, ha? Ähm. Ja, ist grundsätzlich geschleichterte. Oh, das ist so... Ich... Äh... Der ist weg. Es ist so geil. Wo... Wie kommen wir denn da wieder rauf? Ich hab eine Idee. Ja. Ah. Richtige Idee. Einfach an Stellen, wo man nie dran denken würde, mal versuchen zu drücken. Das hilft jedes Mal. Wie ein... Wie ein... Das ist so lächerlich. Es ist so, hey, hier ist eine Waffe. Aber du kriegst sie nicht... Schau mal, eine neue Waffe. Fick dich. Dankeschön. Und die schaut auch ultra cool auch aus. Ah, da waren wir schon. Das ist der Anfang, ne? Ich schau grad, ob es da nicht... Das ist der Beginnig! Das ist der Rhythm of the... Warum Kommandant 90 Songs? Oh, der ist wieder wer. Unsichtbar. Anscheinend nicht. Ich mein, irgendwas schießt auf mich, ja, aber... Fuck me if I know what! Das ist das Urlabyrinth. Da haben wir schon. Auf der anderen Seite, schau mal auf die Map. Stimmt, ja, wir haben ja eine Map. Warum verwende ich die eigentlich nicht? Lol, du kannst die verwenden während dem Gehen? Ja. Lol. Das ist ja... Urfortschrittlich. Mhm. Warum können wir da nicht rein? Gibt es da drin irgendwas cooles? Nein. Ja, da gibt es einen Schalter tatsächlich drinnen, aber... Voll. Oh! Oh! Oh, schau schau schau. Hast du das gesehen? Oh yeah. Achso, das ist ja einfach nur die Jane Gun die man eh schon hat. Lol. Das ist eine coole Mechanik, finde ich nice. Kann ich mit dem Ding runterfahren, warte mal. Kriegt mir das was? Nein. Kommst du jetzt wieder raus? Okay, da geht es also schon mal nicht weiter. Wir haben keine Ahnung, wie es weitergeht. Ist das die Ende unserer Reise? Die Ende unserer Reise? Das ist voll die Ende von der Reise. Erst Jen, ich weiß nicht, aber vielleicht ist das die Ende. Die Ende ist nah. Wir brauchen eine Tür mit einer blauen Karte. Wir haben eine blaue Karte gefunden. Das heißt, die kann man irgendwo verwenden. Die Frage ist nur wo. Das ist die Frage. Das ist so cool. Das ist so. Was sieht jetzt da aus? Nein, warte, eins weiter. Da da. Da waren wir noch nicht. Deshalb ist die Karte da noch nicht weiter. LOL. Was sag ich ja da noch mal. Was sag ich ja da noch mal. Der Paddle hat uns geschießt. Das ist noch so ein Paddle, der uns geschießt hat. Das ist noch so einer. Wie viele Paddle gibt es da noch? Hm. Da waren wir noch nicht. Da ist ein Tor. 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 Ja, wir schießen einfach nur in die Richtung und schießen von selber rauf. Das ist gut. Gott sei Dank. Stell dir das vor mit raus runter. Hör auf. Das war bei Turok glaube ich so. Ja, Turok. Aber Turok war cool. Hat sich aber auch ein bisschen anders gespielt. Dementsprechend hat das ganz gut funktioniert. Was fetzt der Schild auf mich? Ja, dein Geist auf der Seite da. Ha! Hat er da! Chilias, Bro. Na, gibt es denn noch was? Dahinten vielleicht? Oh! 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 Hodor! 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 Ein bisschen viel zu Schalter auf einmal verwendet. Ja. Blu! Blu! Ja, was ist das? Green Shells. Oh! Oh! Das war ein Avada Kidabra. Hast du gesehen? Das war grün und hat dich instant gekillt. Avada Kidabra! Shit! Jetzt! Ja, aber ich muss sagen, wir haben eh schon mehr als genug Episoden für ein Spiel, das eigentlich viel weniger hätte haben sollen. Ich weiß nicht, vielleicht kommen wir tatsächlich nochmal drauf zurück, aber eigentlich macht es mir relativ viel Spaß. Dir macht es Spaß? Ja. Macht es dir nicht viel Spaß? Ja, es ist ultra krampfig. Ich würde jetzt gerne wieder so ein gutes Spiel sehen, sowas wie Bloodborne oder Pokemon! Hast du nicht vor kurzem erst Toombraider gespielt? Schaut doch gut aus. Ja schon, aber jetzt? Ja. Ja. Ich bin Sonic. Ah. Ich komme gleich ganz kurz. Ich bin Sonic oder was? Ja. Warum? Nein, die ersten drei Teile sind eh ok. Ähm. Das nächste Mal bei Couchnups gibt es wieder was anderes. Tschau Baba. Tschau Baba. Tschau Baba. Du! I am the law! The law! The law! The law! Bin ich's!